Ja, Open Flair, Eschwege! Wir sind da! Da sind wir! Zelte auch schon aufgebaut. Und wow, wir sind doch endlich noch betrunken! Ja! So, da wird schon gegrät! Grillen! Geil! Ja, und für die Frutarier haben wir auch was! Hier, von der Natur freigegebenes Holz! Wir sind Gold! Wir haben abends auch noch Party. Aber wir gehen jetzt erst mal zu den... Ratzen! Mittlerweile ist der Donnerstag angeboten. Er hat auch schon sein Idearefrühstück. Du bist jetzt um 12 Uhr aufgestanden. Wie willst du denn heute noch die Kurve kriegen? Wir werden heute noch unter Fluggi-Ball. Das Fluggi-Ball-Match ist im Gange! Ich bin schon fertig! Jetzt ist Lina dran! Los, Lina, Lina, Lina! Ja, trink, Lina! Trink, 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 trink! Feuer! Jawoll, die Scheiße! Mama, hast du gesehen? Ich hab's geschafft! Und jetzt wurde ich auch schon erkannt! Mann, Stücke! Endlich hat es angefangen zu regnen! Rundherberg! Zieres Prost, Wunderberg! 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 Annen dem Bestruz, für die Professor! Annen deusse Block, die Nächste! So, jetzt haben wir den letzten Tag und das heißt, wir müssen uns vom Grill verabschieden! Was? Unser Grill wurde geklaut? Na gut, da muss jemand Zelt sein. Piedriver! Okay, und der Abo.